Willkommen bei AZFH im Onlineshop der Hüdemann & Zanker AG. Wir haben jetzt den zweiten Teil. Gerade eben haben wir nur mal so über Zeichen, E-Prüfzeichen, CE-Prüfzeichen, das haben wir durch. Kommen wir jetzt mal zu Produkten, die eigentlich zulässig sind. Die sind ja auch in LED. Wir haben zum Beispiel hier einen Datscher, das, da haben wir Rückleuchten, komplett in LED. Komplett. Die haben ein E-Prüfzeichen drauf, die haben eine E-Prüfnummer drauf. Und diese Prüfnummer, damit ist es dann zuzuordnen, wo, wie ist eigentlich der Umfang, der Funktionsumfang. Wie ist das Abstrahlverhalten, in welchem Winkel geht das, welche Funktion hat diese Rückleuchte. Steht aber auch hier drauf, das war hier auf dem Kunststoff. Wir haben es auch schon gehört, dass uns der TÜV angerufen hat und hat dann gesagt, wo ist denn das E-Prüfzeichen dafür. So habe ich, gebe ich aber nicht. Weil das E-Prüfzeichen ist im Grunde genommen ein kompletter Bauplan. Wie ist diese Rückleuchte eigentlich gebaut worden? Dann könnte man anhand des E-Prüfzeichens, des Zertifikats, dieses Leuchtenbau komplett nachbauen. Also, ich sage mal, es muss schon begründet sein, wirklich stark begründet sein, warum man ein E-Prüfzeichen verlangt. Beziehungsweise das Zertifikat. Ich habe das mal versucht mit diesem Leuchtmittel. Dieses Leuchtmittel wird bei vielen Dacia-Modellen als Alternative herangezogen, als Leuchtmittel für Standlicht und Tagfahrlicht. Ja, es ist ein Leuchtmittel, Glühfaden-Leuchtmittel. Jeder möchte gerne LED haben. Also, wenn ihr solche Leuchten als LED da reinsetzt, ist es sowieso komplett vorbei. Erlöscht die Betriebserlaubnis, ist nicht erlaubt, hatten wir vorher schon. Das hier ist stark blau eingefärbt. Da ist sogar ein E-Prüfzeichen drauf. E4. Niederlande. Ich habe das KWA angeschrieben. Ich habe nachgefragt, ist die zulässig oder ist die nicht zulässig. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Ich glaube, dass ein Leuchtmittel, das so stark eingefärbt ist, nicht zulässig ist. Aber das ist meine Meinung. Wird aber in Umlauf gebracht. Hm. Frage ist, wenn jetzt ein Unfall passiert, ein Gutachter kriegt raus, dass es nicht zulässig ist, und im Grunde genommen die Betriebserlaubnis erloschen ist, und die Versicherung sagt, ich zahle nicht. Hui, dann geht es aber los. Unsere dritten Bremsleuchten. Hier für den Dutch Air Luster. Darf nur beim Dutch Air Luster eingesetzt werden. Passt nicht beim Logo. Passt nicht beim Sandero. Darfst du dementsprechend dort auch nicht verwenden oder einbauen. Das ist nicht zulässig. Aber beim Dutch Air Luster darfst du sie einbauen. Da ist hier oben ein E-Prüfzeichen drauf. E9. 9 steht für Spanien. Und eine E-Prüfnummer, die dahinter ist. Und dann kann man bei der entsprechenden Prüfinstitution nachfragen. Und dort kann man natürlich Auskunft bekommen. Generell, Prüforganisationen haben ja Zugriff auf diese Datenbanken. Darf nun mal an. Kennzeichenbeleuchtung. Und ich rede nicht von der Kennzeichenbeleuchtung. Ich nehme mal hier die LED W5W. Nee, 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 nee. Darfst du da nicht reinsetzen. Das ist nicht erlaubt. Dass die komplette Leuchteneinheit, bestückt mit LED, mit Bauartgenehmigung sozusagen, E-Prüfzeichen, allen drum und dran, die darfst du nehmen. Die ist zulässig. Da ist ein E-Prüfzeichen drauf. Und weil es eine Kennzeichenbeleuchte ist, ist da auch ein L drauf. Das ist nämlich der Prüfbuchstabe. Nur dort darf diese Lampe eingesetzt werden. Als Kennzeichenbeleuchte. Und auch nur bei den dafür vorgesehenen Fahrzeugen. Nirgendwo anders. Somit müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das ist komplett zulässig. Das heißt, eine Rückleuchte mit E-Prüfzeichen, alles drauf am Zahn, ist komplett zulässig. Die kann nur beim Dacia Laster eingebaut werden. Nur dort ist sie zu verwenden. Dafür ist sie zulässig. TÜV- und Eintragungsfrei. Dritte Bremsleuchte. Komplett zulässig. Haben wir viel Geld für in die Hand genommen. Deswegen sind die Produkte auch tendenziell etwas teurer. Aber das heißt teurer. Im Ernstfall sind sie richtig günstig. Weil im Ernstfall habt ihr Rechtssicherheit. Darauf kommt es nicht an. Und dritte Bremsleuchte Sandero. Sandero 2. Sandero 2 Facelift. Ebenso MCV. MCV 2 Facelift. Sondermodelle Stepway. Haben wir eine dritte Bremsleuchte. Mit LED-Technik. LED-Technik, finde ich, ist richtig gut. Okay. Genauso verhält sich. Tagfahrleuchten zum Nachrüsten. Aber einfach nachrüsten geht auch nicht. Ihr müsst schon die Abstände, ein, um und dran, Höhe. In der Breite. Abstand von der Mitte. Das muss alles vorschrittsmäßig sein. Sonst ist vielleicht das Leuchtenmittel zulässig. Aber die Anbringung nicht. Einfacher geht es mit Nebelscheinwerfern. Mit LED. Mit E-Prüfzeichen. Mit Prüfbuchstaben. Komplett zulässige Lampe. Mit 3 Jahren Garantie. Oder Tagfahrleuchten. Das kennt ihr. Da habt ihr die ganzen Videos bei uns schon auf dem Kanal. Mit 5 Jahren Garantie. Es gibt günstigere Leuchtmittel. Okay. Aber wenn die ausfallen, dann war es das auch. Dann könnt ihr es wegschmeißen. Kriegt ihr keine Ersatzteile. Wie auch immer. Hier habt ihr 5 Jahre Garantie. Dann schreibt doch Osram und sagt, die ist kaputt. Oder ich brauche nur eine, weil ich da einen Steinschlag hatte. Oder sonst irgendwas. Wofür machen wir das denn? Das vermeintlich teurere Produkt ist dann in dem Fall richtig günstig. Und so muss man rechnen. Gut. Ich hoffe, das Problem ist erkannt. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video auch weiterhelfen konnte. Dass ich ein bisschen mehr Klarheit schaffen konnte. Und alles andere. Lass die Finger davon. Okay. In diesem Sinne. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Und sage es wie immer. Bis dahin.